Wir haben uns heute auf den neuen Markt getroffen, um gegen die Gesamtscheiße zu tanzen. Ich persönlich finde das gut, dass man mal eine andere Aktionsform gewählt hat, wo man seinen Frust loswerden kann. Und dass es nicht nur auf ein Thema beschränkt war. Das Ordnungsland hat sich zwar vorher quergestellt, aber wir haben uns davon überhaupt nicht einschüchtern lassen. Wir sind trotzdem losgezogen, haben getanzt, die Leute hatten Spaß und es gab politische Plakate, Transbis und coole Mucke. Die waren am Anfang zwar irgendwie ziemlich leise, es ist jetzt aber doch gut laut geworden am Ende. Und die Leute haben ordentlich gedanst. Besonders geil fand ich natürlich die Büro am Ende. Es war ein gelungener Abschluss. Ich freue mich auf die nächste. Ich freue mich auf die nächste.